Eine Einzelmedaille hatte sich Tobias Angerer nach Bronze mit der Staffel zum Abschluss der nordischen Ski-WM in Oslo gewünscht. Am Ende blieb dem Langläufer über die 50 Kilometer im freien Stil nur Rang 6. Für mich persönlich war es okay. Ich habe drei Top-10-Plätze gehabt. Wenn ich das davor gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich unterschrieben. Jetzt bewegt natürlich schon ein bisschen die Enttäuschung, dass es nicht mit der Einzelmedaille klappt hat. Lokalmatador Petter Nordhuk aus Norwegen setzte den goldenen Schlusspunkt am Holmenkollen. Seine drei WM-Titel wurden nur von seiner Landsfrau Marit Björgen übertroffen, die in Oslo sogar vier Goldmedaillen gewann.